Yeah, neu gepflanzt. Schalotten, man kann sie nicht sehen. Rote Zwiebeln, kann man nicht sehen. Weiße Zwiebeln, kann man auch noch nicht sehen. Roter Kohlrabi, kann man auch noch nicht sehen. Rettich und Radieschen, kann man auch noch nicht sehen. Noch mal ein bisschen Salat gesät. Richtig, kann man auch noch nicht sehen. BUNZEIG! Jo, ja, na, das heute ist der 28.10. Der 28. Oktober. Es ist Sonntag. Es scheint richtig verdammt noch mal die Sonne. Aber das muss auch ganz schön Feld gewesen sein in der Nacht. Weil immer noch ist reif. Ja, und was ich nicht sagen kann ist, wie spät es ist. Ob es halb elf oder halb zehn ist. Weil, ja, nach Zeitumstellung. Die Anna ist schon vor einer Stunde aufgestanden. Und die ist schon fleißig. Und ich war noch viel zu müde. Jo, hat sich das auch geklärt. Es ist halb zehn. Und dieses Schnuffel hier. Das ist schon um halb neun aufgestanden. Und war schon ganz fleißig. Was, naja, du bist schon eine Stunde am machen. Also bist du fleißig. Und erntest noch Paprika. Und Chilis. Der letzte Zeug. Das ist eh nicht scheiße wie Kühnengras. Sieht aus wie Glattblatt-Petersilie. Sieht aber nicht. Ne, sieht aber so aus. Ey, mach es tot! Ja. Halt überall das große Laub fehlen. Weil, wenn es kalt wird, zack, fallen die Blätter runter. Die Frau und Nachbarin hat die Dachfenster offen. Die ist auf jeden Fall auch hin. Ach ne, das wird so lüften. Die da. Ja, die ist auch hin. Die sah von drinnen nicht hin aus. Naja, dann können wir sie ja kann ich da heute ausbuddeln. Ja, kannst du ja in da hin ausbuddeln. Und wegpacken. Also, solange man nicht rausgeht, könnte man denken, es ist total geiles Wetter. Das ist ja auch wirklich super. Aber es ist ganz schön frisch draußen. Wie die Anna und auch ich eben feststellen mussten. Schnuffel, wo es reingekommen ist, gesagt, ganz schön frisch. Ey, das ist doch unglaublich. Hat Schnuffel gestern so schön das ganze Laub geschreddert. Eine kalte Nacht. Krass. Ja, unser Nachbar hat alles schon zusammen. Und Karotten sind auch komische Pflanzen. Die lagen heute Morgen alle um. Wegen der Kälte. Und inzwischen haben sie alle schon wieder aufgerechnet. Ein bisschen die Sonne drauf geschienen. Stehen sie wieder. Das ist ja eh Wintergemüse. Dem macht ja eigentlich Frost nichts aus. Außer, dass man, wenn die Erde gefroren ist, man sie nicht rauskriegt. Aber ich glaube, so doll wird es bei uns nicht frieren. Wir können davon ausgehen, er ist nicht mehr reif geworden. Aber schneiden wir mal ab und legen wir mal rein. Vielleicht reift er noch ein bisschen nach. Ansonsten wird er faul. Mal gucken. Vielleicht wird noch was. Aber der ist auch nicht. Und der geht jetzt auch mit rein. C'est la vie. Ja, ich denke, das sind Froststellen. So, Gestruppe seitdicht. Und da liegt es. Dann kann ich auch gleich die Dahlien mit abschneiden. Tja, an den Tomaten hier hat sich gar nichts getan in der letzten Woche. Ich werde die jetzt alle rausmachen, werde die grünen abmachen und dann legen wir sie in eine Schublade. Vielleicht passiert ja noch was dran. Kann ich ja nie wissen. Bereit für die Aufnahme der Wintergäste. Und das ist das letzte Gestrüpp. Und das sind definitiv die aller, aller, allerletzten Tomaten. Mal gucken, wie viele von denen, die noch grün sind, vielleicht noch rot werden im Dunkeln. Also, ich glaube ja nicht allzu viele. Etliche, also ich habe ein paar auch weggeworfen, weil die waren schon weg. Auch die Blüten, weswegen die Anna ja die Tomatenpflanzen nicht ausreifen wollte. Die Blüten sind alle weg geworden. Also, die Tomaten wissen auch, wann es vorbei ist. Nach dem Ausbuddeln, Ausrupfen, Umgraben, kommt ja das alles wieder einbuddeln. Nee, weil wir nämlich Winterzwiebeln und Kohlrabi-Zeugs und sowas jetzt einpflanzen. Willst du da hinten hinsetzen mit? Ja, da will ich überall was von hinsetzen. Ach so, okay. Schnuffel. Aha, Kohlrabi? Ja, ich glaube, das war ein Kohlrabi, was ich ja gesehen habe. Aber Kohlrabi doch dann. Genau, der kommt ins Gewächshaus. Naja, es kommt ja nicht alles überall hin, sondern ich muss ja irgendwas mal anfangen. Ja, mach das. Und ich muss diesen Leuten das ja erst mal erklären. Schnuffel macht drin. Boah, voll bist du. Total nett, dass du immer so slau bist und alles verteilst. Das muss man jetzt nicht ernst nehmen. Alter, die Sonne will es aber nochmal wissen. Boah, ich muss mir gleich nochmal die Jacke ausziehen. Alter, in der Sonne ist richtig warm. Richtig heavy. So, das sind rote Winterzwiebeln. Steckzwiebeln. Gelbe habe ich da schon gesät. Da kommen die roten hin. Und daneben an dann noch Winterschalotten. Mal gucken, ob die was werden. Diesmal verteilen wir sie. Wir machen hier welche. Ich mache auf dem Möhrenbeet. Ist ja noch ein bisschen Platz. Und im Gewächshaus. Und was ich über habe, stecke ich nur irgendwo so zwischen die Blumen. Irgendwo müssen ja Zwiebeln bei rauskommen. Erledigt. Ja, mal gucken, was das Kohlbeet so hergibt. An Wintergemüse. Ob der Salat tatsächlich da im Winter wächst. Keine Ahnung. Aber es kommt ja das Gleiche nochmal ins Gewächshaus. Und auch hier vorne kommen ein paar Zwiebeln auf die Möhren da auf den Streifen. Ja, und das war noch so überhaben. Ja, und hier sieht man schöne Mix Original Spandauer Erde. Zusammen mit Erde, in der es auch was wächst. Das da ist unsere eigentliche Erde. Und schön wäre, wenn Erde immer so aussehe. Kriegen wir hin mit unserem Kompost. Kriegen wir hin. Winterzeugpflanzen erledigt. Jetzt muss ich es nur noch angießen. Und alles, was reinkommt, beschneiden. Und ich glaube, eh es schon wieder anfängt, dunkel zu werden. Sollte ich wahrscheinlich erstmal beschneiden. Das kann ich im Stehen machen. Na, gießen eigentlich auch. Beschneiden. Ja, falls es langsam kalt wurde, habe ich das Gießen doch vorgezogen. Und ich muss sagen, mit dem Wasser aus der Erde kann man sie richtig aufwärmen. Ich halte, als ich hier das Gewächshaus eben nochmal gegossen habe. Da kam richtig so eine warme Wolke durch das Wasser. Also, unten ist noch warm. Oben ist frisch. Boah. Guckt mal, der Schnuffel hat den Wintergarten schon fast auf Vordermann. Das ist ja cool. Stimmt, das da hinten, das existiert ja zum Glück gar nicht. Deswegen bin ich mit der Schere unterwegs. Ja, anderthalb Stunden am Schneiden. Ist noch nicht dunkel. Ist gar noch ein bisschen Sonne irgendwo. Der Rest, der noch muss. Und da stehen sie, die kleinen Scheißerchen. Gefallen mir wieder ganz gut. Vor allem hier die kopflastige Fuchs hier. Die müssen wir jetzt mit der hellen Seite mal nach hier stellen. Alter Falter. Noch zwei Stück, dann bin ich hier durch. Und langsam kriege ich auch echt Rückenschmerzen. Den haben wir mal. Aber die müssen wir noch. Eigentlich habe ich keine Lust mehr. So, die Wintergartenbewohner sind alle fertig. Jetzt müssen wir nur in der Wintergarten fertig werden. Und dann sind sie drin. Es ist kalt. Es ist dunkel draußen. Aber wir haben alles im Wintergarten. So sieht es aus. Schnuffel richtet noch die letzten Blümchen hin. Ja, das war das Rhein-Buchten 2012. Das hat Spaß gemacht, ne Schnuffel? Total. So, damit ist die Draußensaison im Großen und Ganzen vorbei. Mit dem heutigen Tage. Und zwar das, was ich gesehen habe, werden wir ja sicher ab und zu noch ernten. Aber mit unserem Rhein-Buchsieren ist alles durch. Das heißt, jetzt beginnt die Drinnensaison. Tapete abmachen. Boden raus. Möbel raus. Und dann gibt es die hellen. Yay. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020